Ein wunderschöneres Mal, moine Tolle meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Titanfall. Diesmal auf der Runde Kriegs-, auf der, auf der Runde ne, auf der Map Kriegsspiele und wieder spielen wir Materialschlacht. Eigentlich nur Materialschlacht, weil, keine Ahnung, den Spielmodus da macht auf jeden Fall Laune. Und ich weiß gar nicht, wie lange überhaupt den Spielmodus geht. Ich glaube, ich sollte mal auf die Uhr gucken, nicht, dass die nur 5 Minuten gehen, die Runden dann schon zu Ende sind. So, auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue Waffe. Instabil. Es können Bildstörungen auftreten. Willkommen zurück. Initialisiere Kampfsimulation. Simulationsmodus ist Materialschlacht. Das wird eine Materialschlacht. Radieren Sie alle feindlichen Einheiten aus. Ähm, das habe ich auch noch nie gesehen. Was ist das denn für ein Video gerade? Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, ist das jetzt irgendwie Kampagne oder so? Weil die Kampagne sollte man ja auch in Mehrspielermus spielen. Yeah, da zeigt mir meine Leistung auf. Aber warum ist das jetzt so komisch? Vor allen Dingen, warum sieht die Map jetzt so geil aus? Warum explodieren die Gegner so geil? Alter, was ist das für ein geiles Ding? Ah, das ist die falsche. Scheiße. Holt. Der nächste direkt. Alter, wie geil ist die Waffe denn? Die habe ich gerade freigeschaltet. Wie geil ist denn die Waffe denn? Bitteschön. Die Waffe. Und die geht einfach nur noch weg. Die Waffe, die macht einfach kurz einen Prozess mit allem. Wie geil ist denn die Waffe, bitteschön. Also auf mittlerer Entfernung ist die Waffe ja mal, ähm, ja, mega. Oba. Was habe ich denn erwischt? Oh. Alter, was erwischt mich hier die ganze Zeit? Du, oder was? Ah, scheiße. Andere Spieler. Da kamen da andere Spieler aus. Nichts. Alter, was ist denn das für eine Map? Das sieht aus wie so ein Trainingsgelände bloß. Aber gut, ist das sowieso eigentlich nur so eine Simulation, wie wir gerade aus der Zwischensequenz mitbekommen haben. Aber was ist denn das? Ist das jetzt Kampagne oder ist es jetzt ganz normaler Mehrspielemodus? Weil den checke ich gerade echt nicht. Weil, was ist denn das jetzt? Auch hier ist mein Titan bereit. Das ist schon mal sehr nice. Nur wo soll ich mein Titan jetzt hinschicken? Weil, guck mal, das ist doch hier, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes, diese Map. Ja, machen wir uns mal bereit, ne? Für Titan voll. Und? Und, da ist er. Rein mit mir. Und rein mit mir in den Titan. Äh, Titan? Ich wollte gerade sagen, warum gehst du da nicht rein? Oh yeah. Okay, weil mir ist jemand reingerannt. So. Kills, kills, kills. Aua. Ne, wir haben gerade jemanden gewurzelt. Ich hoffe, der ist auf uns. Ja. Sehr gut, wir haben ihn gewurzelt. Da kommt wahrscheinlich da einer raus. Oder auch nicht? Umdrehen. Aufratzen. Reloaded. Reloaded. So. Nachgeladen. Wo ist eigentlich meine Fähigkeit, wenn ich sie wieder einsatzbar? Ich weiß gar nicht, woran man das sieht überhaupt. Aber ich weiß, dass er mir attackiert. Das sehe ich auch gerade. Muss kurz weg. Umdrehen. Reloaded. Oh, hier vorne rennt ganz klein viel rum. Trotz, erst mal das klein viel weg, ne? Erstmal ein Schlitzsystem anmachen hier. Jetzt von Süßball gesteigerst Schildkapazität. Ja, wer schießt denn auf mich die ganze Zeit? Irgendjemand hat ja auf mich geschossen gerade. Auf jeden Fall war ja nichts auf mir. Ansonsten wäre das jetzt geburzelt. Alter, wie ich die ganzen Fußhauten alle weg brutzelt, ne? Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich kriege gleich Besuch. Aber erst mal muss ich hier aufpassen. Hier ist es einer. Alter. Geht auch. Gut. Sag mal. Ich glaube es wohl hier gerade nicht. Oh, mein Controller ist fast leer. Den werde ich gleich mal anschließen, weil ich habe ja so ein Kabel dafür jetzt. Und auch so ein Arbeiter. Akku. Alter, das ist für meine Akkupunktur Waffen hier. Da rennt sie die ganze Zeit von links nach rechts, aber ich sehe ihn nicht. Ne, ne, ne. Bumm. Sehr gut geholt. Loaded. So, nach, nach. Was kriegen wir für eine Unterstützung? Titan-Unterstützung will auch Titan-Unterstützung. Kannst du dir irgendwo anders abholen? Ich habe da irgendjemand... Boah. Ich kann doch... Ach, Kuh, die kann doch in Deckung gehen. Hört sich natürlich mehr. Haha, habe ich gekillt. Lol. Nach, nach. Zack, zack, zack. Oh. No. Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem der Season Pass kostenlos ist, zocken das wirklich viel mehr Leute, das Spiel. Was ich echt feiere. Vor allen Dingen Season Pass kostenlos. Ey, wir machen schon sowas heutzutage, wenn ich hier entwickle. Einfach so zum Einjährigen einfach mal Season Pass kostenlos. Sowas könnte ruhig mal öfters passieren. Wegratzen. Na, guck mal, seitdem ist das ja einfach so geil, das Game. Einfach, weil das jetzt jeder zockt und dann immer diese neuen Maps vor allen Dingen. Die Hälfte kenne ich davon gar nicht mehr, obwohl ich das schon seit drei Monaten einen Season Pass habe. Ich habe das Spiel einfach nie gespielt, weil das kaum jemand gezockt hat außer mir. Alter. Ein Titanfall hat meinen Titan gekillt. Wie episch ist das denn? Guck mal, hier sind die Bots. Die machen einfach nichts. Die steht einfach nur rum. Ich wüsste auch nicht, warum ich die killen sollte. Ich stirb. Geht doch. Yeah, gut gemacht. Falls ihr euch fragt, was wir gerade für komische Stimmen sind, von wegen gut gemacht und so ein Kack, das sind diese Bewertungen. Je besser die sind, desto mehr mach ich den Rang ab. Er geht vor, er stirbt. Dann komme ich hinterher. Und dann getrackt. Titan. Oh mein Gott. Es ist so wunderschön. So, man muss natürlich aufpassen, nicht, dass einer von den Leuten mich einfach wecken hat, an den Gegner. Komm hoch, komm hoch. Hoch, 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 hoch. Komm hoch. Alter, was war das denn gerade? Vor allem, ich wusste nicht mal, dass es geht. Lol, wie war der gerade von mir gemacht? Oh. Glaube ich habe ihn gekillt. Ey, jetzt sag mal ganz ehrlich, wie geil war das, wie ich da gerade rausgekommen bin. Also, wie geil war das denn gerade mal? Alter, schießt auf den Falschen. Ach nee, du schießt doch auf den Richtigen. Aber ich bin beim Falschen. Hey, Leute. Ähm... Oder? Finde ich auch nicht gut. Rotzen wir... Rotzen wir mal die ganzen Boards weg vom Gegner, ne? Wo wir gerade schon mal hier sind. Rotzen wir die mal alle weg. Sehr gut. Ähm, mehr Kills. So, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie lange geht denn die Runde noch? Ich glaube, die haben wir gewonnen. Da kommen wir trotzdem erstmal das Titan runter, ne? Oh. Dann knippen wir uns mal die ganzen anderen Missgeburten vor. Ich finde den Zaun geil mit den Füßen, wenn die so aufkommen. Hey. Warum rennt der weg? Ich habe eine Burncard. Oh, drei Burncards reingeschaltet. Geil. So, aber kann das sein, dass ich in letzter Zeit nur gewinne? Also, kann das echt mal sein? Weil ich glaube, ich gewinne ja echt nur in letzter Zeit. Und ich feiere das gerade richtig. Ja, ja, ich weiß. Ich habe mehrere Ziele erreicht. Ich bin sehr gut, hä? I am the most with the importance Oh, Mann. Ich dachte, ich komme da noch raus. Aber der ist auch irgendwie hinter mir hergekommen, oder nicht? Oder täusche ich mich da? Wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn gerade aus? Äh, 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 äh. Wie geht der da dran hin und schießt? Duh, 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 duh. Auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, wir haben, glaube ich, gewonnen, ne? Ja, wir haben gewonnen. Achso, mehr Spiele. Achso, da sind fast keine Spieler mehr drin, ne? Okay. Nein, ich glaube, das Ding machen sie nicht kaputt. Das machen sie nicht kaputt. Das kriegen sie nicht hin. Und, ach, guck mal, guck mal, guck mal, da war der letzte Spieler, der noch mit wollte. Oh, er ist nicht mitgekommen. Dam, dam, dam. Evakuiert, evakuiert. Drei Gegner wurden evakuiert. So viele. Okay. Ich dachte, das hätte keiner geschafft. Aber guck dich mal die Runde an. Das ist eine 3er KD an Pilotenkills. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.